Ob alle Online-Inhalte durch das Urheberrecht geschützt sind, kann man im Prinzip erstmal bejahen. Das ist natürlich die Frage, welche Inhalte man meint, aber wir gehen jetzt mal von den klassischen Texten, Fotos, Filme, Illustrationen, Zeichnungen aus. Generell sind alle solche Werke geschützt und man kann davon ausgehen, dass ein Urheberrechtsschutz besteht, wenn man sie im Internet findet, sag ich mal, irgendwo auf einer Webseite, auch in Social-Media-Plattformen. Allerdings ist es ganz wichtig, darauf zu achten, ob man Hinweise darauf findet, wie dieser Urheberrechtsschutz weiter spezifiziert wurde. Das heißt, das berühmte Copyright-Zeichen, dieses eingekringelte C, kann man oft erkennen unter einem Bild, auf einem Bild, auch bei Texten oder Videos, aber es ist nicht zwingend notwendig. Man muss dieses Zeichen nicht anbringen, um den Urheberrechtsschutz zu markieren. Im Gegenteil, wenn gar nichts angebracht ist, wenn man also nirgendwo einen Hinweis findet, dann ist es durchaus vernünftig anzunehmen, es gibt einen Urheberrechtsschutz. Allerdings kann es auch sein, dass man unter Bildern, Videos, bei Texten Hinweise findet, dass der Urheberrechtsschutz geöffnet wurde von denjenigen, die als Urheber oder Urheberin oder eben auch Rechteinhaber fungieren und sagen, wir erlauben eine bestimmte Nutzung. Man darf das also weiterverbreiten oder man darf es sogar verarbeiten. Das heißt, zusammengefasst, man sollte immer bei Online-Inhalten davon ausgehen, dass ein Urheberrechtsschutz besteht. Es sei denn, man findet entsprechende Hinweise, die das genau spezifizieren, mit dem berühmten Satz alle Rechte vorbehalten oder vielleicht auch freigeben im Sinne von erlaubt ist mit diesem Bild oder mit diesem Film oder mit diesem Text dieses und jenes zu machen, ihn zu verbreiten oder weiter zu veröffentlichen. Das kann durchaus sein. Wichtig ist allerdings auch zu unterscheiden, dass man Online-Inhalte, die genannten Filme, Videos, Texte, Illustrationen durchaus für den privaten Gebrauch jederzeit benutzen kann. Sich etwas zu Hause anzusehen oder eben zu lesen oder zu verfolgen ist immer erlaubt. Und auch private Kopien sind erlaubt, also in einer geringen Anzahl. Und wirklich für den privaten Gebrauch begeht man keine Urheberrechtsverletzung. Für den privaten Gebrauch, wie ich es gerade gesagt habe, ist es ohne Erlaubnis möglich, urheberrechtlich geschütztes Material zu nutzen. Und es gibt auch gesetzliche Ausnahmen, die sind im Urheberrechtsgesetz definiert, zum Beispiel für Bildung und Wissenschaft und eben zum Beispiel auch für den Einsatz im Unterricht in der Schule. Dazu kommen wir ja gleich. Wenn man Texte, Bilder, Videos, Musik, Illustrationen, entsprechendes Material im Unterrecht einsetzen möchte, ist das durch die gesetzliche Ausnahme, die im Urheberrechtsgesetz steht, durchaus möglich, zumindest mit gewissen Regeln. Und zu diesen Regeln gehört, dass man ohne Erlaubnis des Urhebers oder des Rechteinhabers gewisse Teile sagt, dass Gesetz von einem Buch zum Beispiel oder eben bestimmte Ausschnitte von einem Film oder bestimmte Ausschnitte aus einem längeren Musikstück ohne Erlaubnis im Unterricht einsetzen darf. Ich darf es auch für Arbeitsblätter oder für Ähnliches benutzen. Ich darf daran keine Veränderung vornehmen, nicht bearbeiten. Ich darf also das ursprüngliche Werk nicht verändern und dann einsetzen. Aber ich darf es kombinieren mit anderen Materialien. Und wichtig für diese Ausnahme, die der Gesetzgeber geschaffen hat, ist, dass es in geschlossenen Lerngruppen stattfindet. Also in der Schulklasse oder in Studienseminar oder vergleichbaren Lernumgebungen. Das muss auch nicht unbedingt vor Ort sein. Das können auch Fernlernklassen sein. Aber es muss eine geschlossene Gruppe sein. Und wenn man Material dann vielleicht auch ablegt für Hausaufgaben etc., dann muss es auch hier die geschlossene Gruppe einen geschützten Zugang haben. Es darf also nicht weiterverbreitet werden. Diese Weiterverbreitung in Lernumgebungen kennt man heutzutage auch mit entsprechenden Systemen, die zum Beispiel Moodle oder StudIP oder ähnlich heißen. Dort findet man die Unterlagen digital. Auch das ist erlaubt, dass man entsprechende urheberrechtlich geschützte Werke in Auszügen dort ablegt, um sie für die Studierenden, für die Schüler, für alle Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss es eben ein geschützter Zugriff sein. Es muss eine überschaubare Lehrgruppe sein, Lerngruppe sein und nicht etwa die ganze Schule oder die ganze Universität. Und es muss auch in dieser Lernumgebung in Moodle darauf hingewiesen werden, dass es eben urheberrechtlich geschütztes Material ist und die Verwendung nur auf den Unterricht oder für den Lernzweck begrenzt ist. Das ist ganz wichtig, dass also alle Beteiligten wissen, dass hier ein Urheberrechtsschutz besteht, man aber die Ausnahmen in Anspruch nimmt. Und ganz wichtig, es muss auch immer auf die Quelle der jeweiligen Materialien hingewiesen werden, also aus welchem Buch oder aus welchem Musikstück, aus welcher Aufnahme, aus welchem Film etc. das benutzte Werk oder der benutzte Ausschnitt stammt. Wichtig auch bei dieser Ausnahme, die für Bildung und Wissenschaft also im Unterricht gilt, ist, dass das auch für Materialien, die man womöglich in Social-Media-Plattformen findet, ob nun Facebook oder anderen, die dort entsprechend Material auch zur Verfügung stellen. Und wo man immer der Annahme ist, das wird doch hier öffentlich verbreitet, dann kann ich es ja benutzen. Aber es ist letzten Endes das Gleiche wie auf normalen Webseiten, dass man hier sich genau vergewissern soll, besteht ein spezieller urheberrechtlicher Schutz, der weiter definiert ist in den Hinweisen oder besteht eine Erlaubnis, mehr mit dem Material zu machen, als es ursprünglich ist. Auch das ist auch in Social-Media-Umgebung notwendig, auch wenn es dort vielleicht spezielle Nutzungsbedingungen und Geschäftsbedingungen gibt, die die Plattform betreffen. Aber die Materialien und der urheberrechtliche Schutz sind davon im Großen und Ganzen unberührt. Ja, tatsächlich hat der Gesetzgeber vor einiger Zeit Ausnahmen für Bildung und Wissenschaft, damit eben auch für den Schulunterricht definiert. Das heißt, es ist möglich, für Unterricht und Lernzwecke und Unterrichtszwecke urheberrechtlich geschütztes Material einzusetzen, ohne spezielle Erlaubnis zu bekommen. Das ist allerdings begrenzt auf zwölf Prozent eines Werkes oder es müssen Werke kleinen Umfangs sein, also Magazinartikel oder Ähnliches. Auch Musikstücke darf man benutzen. Wenn sie nicht länger als fünf Minuten sind, kann man sie auch entsprechend einsetzen und kann sie auch ablegen in den Lernumgebungen. Die schon erwähnten Moodle oder ähnlichen Systeme machen das ja sehr praktisch für Lehrer und Lehrerinnen und eben die Schulklassen sich vorzubereiten oder eben entsprechend sich das nochmal anzugucken. Aber hier gibt es eben entsprechende Definition, aber hier gibt es eben entsprechende Regelungen, dass es auf fünf Minuten lange Musikstücke begrenzt ist, dass es auf bestimmte Textlängen eben begrenzt ist, je nach Art des Werkes. Und auch hier ist wieder wichtig, die Quelle zu nennen, also den Schülern der Lernklasse entsprechend mitzuteilen, wo das herstammt, das Material, was man verwendet hat. Zum Beispiel auch Ausschnitte aus einem, aus einer Fernsehsendung oder aus einem Film kann man benutzen, wenn entsprechende Hinweise gegeben werden und auch immer wieder der Hinweis erfolgt, dass es eben nur für die Lernzwecke zu benutzen ist. Das heißt, den Schülern und Schülerinnen klar gemacht wird, dass sie das jetzt nicht weiter verbreiten dürfen und auch nicht kopieren oder in irgendeiner Form weiter nutzen dürfen, sondern es ist nur dafür bestimmt, es im Unterricht einzusetzen. Eine Ausnahme der Ausnahme sind Schulbücher. Die sind grundsätzlich von diesem Schutz ausgenommen. Hier darf man eigentlich nichts kopieren und nichts übernehmen, um das für Unterrichtszwecke einzusetzen. Die genießen eben einen besonderen Schutz. Wenn man entsprechend der Ausnahme Material ablegt in so einer Lernumgebung oder vielleicht auch auf einem gemeinsamen Server, den der Lehrer einrichtet, wie auch immer das organisiert ist, ist es wichtig, dass nur die Lerngruppe Zugriff hat. Das heißt, das muss durch ein Passwort geschützt sein. Dieses Passwort darf auch wiederum nicht öffentlich oder in irgendeiner Form zugänglich sein. Es muss dann vielleicht auch regelmäßig verändert werden, um eben diesen Schutz zu gewährleisten. Will man Materialien selbst veröffentlichen in den schon genannten Online-Umgebungen, Lernumgebungen wie Moodle, StudIP oder andere, dann ist auch hier wieder ein bisschen zu unterscheiden, worum es eigentlich geht. Nimmt man Fremdmaterial, also was man im Internet gefunden hat, zum Beispiel für Lehrer, die dort entsprechende Materialien finden, ist das bereits erklärte urheberrechtliche Prüfverfahren, sage ich mal, anzuwenden. Man soll sich also vergewissern, ob da Schutz ist. Erarbeitet man aber mit der Klasse eigene Materialien, kann ja sein, ein kleines Theaterstück oder Musikauftritte oder vielleicht auch mal Referate oder Videotrainings, ist es ganz wichtig, die Erlaubnis aller Schüler zu haben und Schülerinnen, dass sie aufgenommen werden dürfen und dass die Aufnahmen auch irgendwo abgelegt werden. In der Regel sind die Eltern da auch mit zu beteiligen und die müssen die Erlaubnis geben. Zum Zweiten, wenn aber auch vielleicht Texte oder Videos, Animationen, Musik entsteht, die aufgenommen wird, verhält es sich so, dass im Prinzip alle beteiligten Schüler Urheberinnen und Urheber sind. Das heißt, auch hier fängt dann der urheberrechtliche Schutz an für Werke, der Musik, der Zeichnungen etc., die einen schöpferischen Gehalt haben und insofern sind dann vielleicht an einem Gruppenwerk viele beteiligt, aber sie sind die Urhebern. Das heißt, alles, was man dann damit machen möchte, vielleicht tatsächlich daran denkt, es weiter zu verbreiten oder auch in der Schule weiter zu reichen, sind Erlaubnisse erforderlich, für welchen Zweck man jetzt dieses Werk weiter nutzen will, sodass also die Schülerinnen und Schüler und die Eltern auf jeden Fall damit einbezogen werden müssen. Inwieweit für die Lehrer dieser urheberrechtliche Schutz gilt, wenn sie an gemeinschaftlichen Werken mitgearbeitet haben oder auch wenn sie eigene Materialien erstellen, ist nicht direkt zu beantworten. Das kommt häufig auf die Verträge an, die die Schulen oder die Schulbehörden mit den Lehrkräften machen. Und an Grundschulen und Oberschulen gilt etwas anderes als bei Universitäten. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das ist wichtig zu wissen, was in den Verträgen steht, inwieweit man die Nutzungsrechte an den Werken, die man erstellt hat oder an denen man beteiligt war, automatisch an die Schule oder an die Bildungseinrichtung abgibt oder eben nicht, wie das geregelt ist. Das sollte man als Lehrkraft auf jeden Fall dann noch einmal prüfen. In manchen Fällen, wenn man eigenes Material erstellt zusammen mit den Schülern oder als Lehrer, als Lehrerin, kann es durchaus sein, dass man Teile eines Werkes, Auszüge aus einem Text, vielleicht auch Auszüge aus einem Musikstück, auch ohne weitere Erlaubnis verwenden kann, weil das Zitatrecht greift. Das heißt, man zitiert aus einem Werk. Das kennt man auch vom wissenschaftlichen Arbeiten. Hier ist die Quelle anzugeben, vielleicht auch der Zugriff, wenn man am Internet zugegriffen hat, wann und wo man das Material gefunden hat. Und das Zitat muss einen Zweck erfüllen. Es darf also nicht einfach beliebig viel Text, sagen wir mal, kopiert werden, aber es darf in begrenzten Mengen eines Werkes und in begrenzten Umfang tatsächlich dann auch wiedergegeben werden, wenn man es einbettet in das eigene Werk. Dann greift das Zitatrecht. Schließlich ist noch ganz wichtig zu wissen, dass auch eine Lerngruppe oder eine Klasse oder eben auch Lehrkräfte, die etwas erstellen oder auch gemeinsam erstellen, durchaus auch die Möglichkeit haben, erstens auf Material zuzugreifen, das frei lizenziert ist, das man ohne Erlaubnis benutzen kann und sogar auch bearbeiten und verändern kann, je nachdem. Zweitens, das Werk selbst unter einer freien Lizenz veröffentlichen kann, wenn man möchte, wenn man alle Zustimmung aller Beteiligten hat, wenn alles selbst erschaffen wurde oder wenn man mit Material gearbeitet hat, was man entsprechend frei benutzen darf, steht einem auch frei, entsprechend frei Lizenzen zu setzen. Es muss also nicht das berühmte Alle Rechte vorbehalten sein, wenn man ein gemeinsames Werk geschaffen hat, vielleicht einen tollen Film aus dem Unterricht heraus oder ein kleines Musikstück aus dem Unterricht heraus, kann man das auch veröffentlichen, entweder in der Schule oder auch darüber hinaus unter freier Lizenz. Das sorgt dafür, dass man erstens eine weite Verbreitung findet und zweitens alle, die sich das dann angucken oder es vielleicht auch nutzen wollen, auch wieder keine Erlaubnisse brauchen. Tatsächlich hat die Bundesregierung im Herbst 2017 beschlossen, das Urheberrecht nochmal zu reformieren, jedenfalls in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Regelungen anzupassen, zu erneuern und auch bestimmte Festlegungen neu zu sortieren, ein bisschen mehr Übersicht reinzubringen, weil die bisherigen etwas unübersichtlich wirkten. Zu diesen Änderungen, die im März 2018 in Kraft treten, gehört, dass jetzt 15% eines Werkes ohne Erlaubnis der Urheber oder Rechteinhaber für Unterrichts- und Bildungszwecke eingesetzt werden können in Lerngruppen für die Lernsysteme, die bereits genannt wurden. Zum Zweiten ist eine Erleichterung, dass bei vielen Materialien nicht mehr gefragt werden muss, ob die Schule oder die Schulbehörde eventuell mit den Anbietern spezielle Verträge hat, um dieses Material im Unterricht in der Bildungseinrichtung einzusetzen. Das gilt jetzt in der Form nicht mehr, sondern das ist ohne Erlaubnis pauschal gestattet. Zum Dritten, das ist eine Veränderung für viele im Unterricht, für viele Lehrer zum Schlechteren, sind Zeitungsartikel und Zeitschriftenartikel nicht mehr ohne weiteres zu benutzen. Sie sind eigentlich nur noch mit Erlaubnis, tatsächlich für Unterrichtszwecke einzusetzen. Das macht es sicherlich etwas schwieriger, auch wenn man hier und da vielleicht durch entsprechende Online-Präsenzen der Zeitungen dann einen anderen Weg finden kann. Aber die gedruckten Zeitungsartikel, das Übliche, ich lese morgens als Lehrer die Zeitung, kopiere die Artikel, die ich für politische Weltkunde jetzt dann einsetzen will als Beispiel und bringe sie allen Schülern mit. Das ist ab März dann nicht mehr ohne weiteres möglich. Und ganz wichtig, die Änderungen treten ab März in Kraft, sind aber auf fünf Jahre begrenzt. Das ist also ein Gesetz, das zeitlich nach fünf Jahren ausläuft, es sei denn, es wird dann wieder neu darüber verhandelt und beschlossen, das Gesetz zu verlängern oder in einer abgewandelten Form sozusagen neu zu erlassen oder zu verlängern. Ja, unter freien Lizenzen versteht man tatsächlich, dass die Urheberinnen und Urheber oder Rechteinhaber, denen entsprechende Nutzungsrechte von solchen Werken übertragen wurden, aus eigenen Stücken bestimmte Nutzungen erlauben. Also freiwillig vorsehen, das und das darf mit meinem Werk, mit meinen Materialien gemacht werden. Und zwar ohne mich weiter zu fragen, zu kontaktieren, sondern die Erlaubnis gilt pauschal erstmal für jeden. Das heißt, ich öffne meine Werke oder öffne die Lizenz. Urheberrechtlicher Schutz besteht weiterhin, aber eben viele Nutzungen, verbreiten, veröffentlichen, sogar das bearbeiten, verändern, kombinieren, remixen, wie man heute sagt, darf dann alles erlaubt sein, je nach Lizenzart dieser freien Lizenzen. Das ist halt ein Weg, der gerade für das Internet, wo eben der Zugriff weltweit ist und relativ leicht erscheint, sehr passend ist, weil man dann als Nutzer relativ schnell erkennen kann, aha, hier ist die Nutzung erlaubt, ich darf das weiter verbreiten, ich darf es sogar verändern und muss mich nicht mit dem Urheber oder einem Rechteinhaber auseinandersetzen. Das war die Idee hinter diesen freien Lizenzen. Die haben sich im Laufe der Jahre sehr schnell verbreitet, weil die Idee einfach überzeugt. In dem Moment, wo ich Werke, die unter freien Lizenzen stehen, Filme, Texte, Bilder, Animationen, Musik und sie herunterlade, also auf meinen Rechner oder auf mein Gerät überspiele. In dem Moment stimme ich dem Nutzungsvertrag, der in dieser freien Lizenz enthalten ist, zu. Das heißt, ich muss auch hier keine Rückversicherung oder irgendwas unterschreiben, sondern das ist ein übliches Verfahren, dass eben dann der Vertrag, also die Regelung in Kraft tritt in dem Moment, wo ich es nutze. Ich muss mich eigentlich daran halten und zu diesen freien Lizenzen, die bekanntesten sind Creative Commons Lizenzen, die sind weltweit verbreitet und sind auch weltweit in der gleichen Formulierung vorhanden. Also es gibt da keine Abstufung, sondern sie gelten international. Und wenn ich Material benutze, das so lizenziert ist mit Creative Commons Lizenzen, also freien Lizenzen, gehört da zum Beispiel dazu, genau darauf zu achten, dass ich zum Beispiel den Urheber nenne, bei der häufigsten Lizenzart, dass ich die Quelle nenne, wo habe ich das Material gefunden und dass ich darauf hinweise, dass es frei lizenziert ist. Das ist also nicht einfach nur eine Lust-und-Laune-Regelung, sondern das gehört verpflichtend dazu in den allermeisten Lizenzarten von Creative Commons, dass man darauf hinweist, es steht hier unter freier Lizenz, diese Lizenz erlaubt dieses und jenes und spezifiziert noch weiteres. Und diese Hinweise findet man entweder am Fuß des Dokuments, am Ende des Films oder vielleicht auch auf einer Webseite, auf die ich hier verlinke. Das heißt, es ist ganz wichtig darauf hinzuweisen, was meint diese Lizenz, was beinhalten die entsprechenden Nutzungsrechte und ich muss es beachten. All diese Hinweise zu beachten und anzubringen, klingt erstmal kompliziert, weil man sich immer vergewissern muss, was steht jetzt an dem Material, wie weit reichen die Erlaubnisse dieser freien Lizenz. Es ist aber umgekehrt einfacher, wenn man es vergleicht mit Material, wo gar nichts dran steht, man urheberrechtlichen Schutz vermuten muss, aber weder weiß, woher es kommt, wen man fragen muss und was es womöglich kostet, dieses Material tatsächlich zu benutzen. Daher sind freie Lizenzen gerade im Bildungsbereich sehr beliebt für Lehrer, für Lehrkräfte in Universitäten und Schulen, weil dort viel mit Material gearbeitet wird, was man kombiniert, zusammenstellt. Deswegen haben sich vor vielen Jahren viele zusammengetan aus dem Bildungsbereich und haben gesagt, wir labeln das, was wir für Lehr- und Lernzwecke frei lizenzieren und herausgeben unter dem Namen Open Educational Resources, offene Lernressourcen, offene Lernmedien oder offene Bildungsmedien. Aber offene Bildungsressourcen hat sich als Begriff durchgesetzt, Open Educational Resources, kurz OER. Und das steht nun für einen immer weiter wachsenden Bereich von Anbietern, die sagen, ja, wir geben unser Material frei, ja, wir wollen auch mit anderen zusammenarbeiten. Das ist ein weiterer Vorteil von OER, dass man das Material ja benutzen darf und man kann auch gemeinsam an Dingen arbeiten und gemeinsam herausgeben, denn sie sind ja frei und man möchte sie auch wieder frei lizenzieren, damit sie sich weit verbreiten. Zu den Vorteilen von OER gehört auf jeden Fall, dass man an Materialien leichter gemeinsam arbeiten kann, weil die Veränderung, die Bearbeitung frei lizenzierter Materialien häufig erlaubt oder sogar gewünscht ist. Und es verbreitet sich dann auch entsprechend schneller, weil für die Nutzer relativ schnell klar ist durch die Lizenzhinweise, hiermit darf ich viel mehr machen als mit urheberrechtlich geschütztem Material. Und es wirkt sich tatsächlich auch auf die entsprechenden Urheber und Urheberinnen, die Material freigeben, positiv aus, weil man natürlich dankbar ist und wenn der Name zu lesen ist und die Quelle zu finden ist, es durchaus Rückkopplung gibt, dass das gut ankommt, Material freizugeben und nicht unter urheberrechtlichem Schutz komplizierten Zugriffen zu unterwerfen. Tatsächlich gibt es für Open Educational Resources mittlerweile sehr, sehr viele Quellen und Plattformen, um sich an entsprechendem Material zu bedienen. Es gibt viele Fotosammlungen, ob nun bei Flickr oder auch bei der Google-Suche oder auf der Seite von Creative Commons gibt es entsprechende Suchfilter, um eben Material gezielt zu finden, was frei lizenziert ist. Der große europäische Museenverbund, der als Europäaner online ist und viele, viele Museen ihre Werke dort online einstellen, hat auch entsprechende Suchfilter im Angebot, sodass man nach Creative Commons lizenzierten Fotos von alten Gemälden oder Kunstwerken bis hin zu Texten und Musikstücken suchen kann, die dort archiviert sind. Es gibt auch für Filme oder für Clipart-Grafiken und Texte jeweils Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben oder die entsprechende Filter anbieten, um frei lizenzierte Materialien zu finden, die jetzt generell für die Bildung gelten. Es gibt aber auch inzwischen Anbieter, die für Open Educational Resources entsprechende Angebote machen. Hier findet man also ausschließlich Lernmaterialien bis hin zu einzelnen Arbeitsbögen, Texten, Lernvideos, Erklärvideos, die frei lizenziert sind. Hier kann man sich unter der Adresse openeducationalresources.de, da gibt es die sogenannte OER-Infostelle, kann man sich informieren, wo man weitere Materialien findet. Das ist ein sehr praktischer Anlaufpunkt, um hier dann tatsächlich deutschsprachige, freigegebene, frei lizenzierte Materialien zu finden. D Vitalen D Vitalen D Vitalen D Vitalen Vielen Dank.